So, da bin ich nur mal kurz zurück, denn ich habe jetzt noch mehr andere Tutorials angeguckt, wie das funktioniert mit dem Sprinten. Ich zeige euch noch mal, wie ich es eingestellt habe, beziehungsweise schon voreingestellt war. Vielleicht lag da doch irgendwo der Fehler. Ganz simpel, ihr geht hier oben auf Spiel, dann auf Bewegung, Sprinten, Umschalten, auf Ein. Denn, dann reicht ein Tastendruck, dann automatisch Türen öffnen, habe ich sowieso immer an. Dann auch das Hochziehen, da habe ich jetzt auch schon mehrere Kommentare gelesen. Ich habe einfach nur Springen, Halten. Also ihr drückt einfach XX, wenn ihr mit Controller spielt, so ziehe ich mich immer direkt hoch. Oder ihr macht halt nach Vorwärts halten, dann nimmt ihr auch direkt die Kante und zieht euch halt auch da hoch. Dann des Weiteren habe ich halt, ich habe Baumeister Pro drin. Ja, ich bin nicht überhaupt der Baumeister. Ich habe das Ganze auf L. Wenn ihr das da irgendwo anders habt, dann stellt das einfach um, dass ihr das auf der Taste habt, wo ihr haben wollt. Wir gehen mal kurz in die Tastaturbelegung, da ist genau dasselbe. Sprinten habe ich hier, ich fiel aber nicht mit der Tastatur, auf der Umstelltaste. Automatisch Rennen auf der Ist-Gleichzeichen. Und Joggen, Erzwingen habe ich auch gelesen, haben manche Probleme. Nehmt dann einfach das hier raus, beziehungsweise guckt, dass es an- und ausschaltet. Habt das auch auf der Taste. Ihr seht es, hier ist nochmal auch eine Steuerung, die nicht belegt ist. Belegt euch halt einfach die Tasten und so müsste bei euch auch dann ohne Probleme das Sprinten und Hochziehen funktionieren. Ich hoffe, ich konnte einem oder anderen weiterhelfen. Gerne Like da lassen, gerne Abo da lassen. Ich würde sagen, so können wir weiter durchziehen in der Season. Aufgaben habe ich für euch schon alle hochgeladen. Wenn ihr Bock habt, gönnt euch gerne was im Itemshop. Wenn ihr natürlich die V-Bucks habt und gerne auch meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. In dem Sinne bin ich jetzt erstmal raus und haut rein. Also, ich würde sagen, so können wir die V-Bucks ab und rein.